Hallo Leute und herzlich Willkommen. Heute spiele ich eine kleine Runde PUBG. Ihr werdet es nicht fassen, aber teilt eine kleine Runde Pixel Gun. Ups. Okay, kein Falschhand. Okay. Mhm, erneut. Also das ist so eine Art Fortnite in Pixel Gun. Nice. Das ist mit dem neuen Update hinzugekommen, wie diese Schaufel. Die hat 800 Schaden. Die macht 800 Schaden anscheinend. Oder glaube ich halt. Und ja. Ja. Das ist halt ein neues Spielmodus. Ich glaube, der ist für jedes Gerät erhältlich. Da habe ich mich noch nicht schlau gemacht. Aber ja. Es ist wie Fortnite. Und es gibt auch neue Skins. Also diesen pinken Teddybären. Und diesen dunklen Ritter und so gibt es auch. Oh, also das ist die ganze Map. Flammenwerfer. Oh, 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 oh. Und den Raquetenwerfer. Und den... Lieber den. Der Staat ist ein Billigwerfer. Nochmal, aber ich glaube, der ist besser. Multitaskers. Oh, ha. Ihr könnt oben, ganz oben sehen, dass das nur ein paar Sekunden sind. Ganz oben. Aber ich habe auch eine der neuesten und OP-sten Waffen im Spiel. Der Snapper wäre auch cool. Gewonnen! Hab gewonnen! Da könnt ihr sehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat irgendwer mitgezählt, wie schnell das war? Muss ich dann mal schauen. Wenn ich es weiß, blende ich es euch rechts oben ein. Von euch gesehen, rechts oben blende ich es euch dann ein. Ja. Wir enden. Ich will euch ja noch die neuesten Items und so zeigen. Auf jeden Fall die Werbung, die wollte ich euch zeigen. Ja. Auf jeden Fall. Warte mal. Beta. Ja, das ist nur in der Beta. Erstmal die OP-Billo-Schaufel. Ihr seht, bei diesem Namen Kriegsschaufel links oben seht ihr dieses Sternchen. Und wenn ich jetzt auf die OP-Waffe, die es derzeit gibt, gehe. Ich glaube, das ist 17. 401. Was ist da schiefgegangen? Was ist mit dieser Schaufel falsch? Und? Ja, das hat bei Kraft 37 807. Will ich jetzt mal ausprobieren. Teamkampf. Lunarkampfwaffen. Sicher kriege ich eh nicht die Schaufel. Weil das wäre zu OP. Aber die Schaufel ist, glaube ich, noch in der Beta. Also. Ich bin auf jeden Fall extrem fast. Auf jeden Fall habe ich einen Glitcher in der Runde. Okay, der hat mich jetzt gerade weggerackt. Oh. Hä? Hä? Okay. Anscheinend ist diese Kriegsschaufel doch nicht so stark. Aber. Auf jeden Fall. Ich muss mich nur hier hin. Wie geht das? Ich habe sonst nichts. Das ist ein Glitch. Ich glaube, da muss man irgendwie Warum? Warum macht man da überhaupt etwas? Wenn man mit zwei Klitschern in einer Runde ist. Das ist ja voll unfair. Ich kann auch über ihre Attacken drüberhüpfen. und einfach einfach No, 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 no. Habe ich schon irgendwann irgendwen getötet? Nee. Wie? Hinterfragt niemals Leck. Okay, jetzt bin ich wenigstens wieder... Zum Glück kann es was. Das muss ich schnell nachschauen. Weil vielleicht habt ihr es in meinem letzten Let's Play von Pixel Gun, was ich vor... drei Wochen, zwei Wochen rausgebracht habe. Vielleicht habt ihr da gesehen, dass ich da, ihr könnt eben das sehen, wo der Punkt ist, der weiße. Da war früher ein Schild. Und das haben sie jetzt entfernt und das finde ich richtig cool. Aber jetzt gibt es wieder das alte Liga-System. Oh, schieße die Blöcke ab, bis jetzt da, bei diesen Mini-Spielen. Ich will es mal ausprobieren, ob es das gleich ist. Zirkus-Kanone, Seelen-Lieb, Manticore, Energie-Bar. Weil ich habe auch schon wieder ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Ein Update habe ich schon wieder nicht mehr gespielt. Aber durch dieses neue Update mit dem... Ich habe schon wieder diese... Ich habe schon wieder ein bisschen mehr gespielt. Okay... Ah, nee, jetzt... Auf jeden Fall, das Wichtigste, was ich machen muss, ist, mir eine neue Waffe zum Zulegen. Wie viel kostet denn dieser Champion? Ich hatte mal 170 sogar. Nein! Ich hatte sogar mal mehr als 170. Das ist bitter. Okay, nun mal eine kleine Schlacht. Pixel Royale, nenne ich es mal. Auf jeden Fall habe ich den Standard-Gleiter. Ich will wissen, ob man auch einen anderen Gleiter kriegen kann. Anscheinend sterben die Leute recht schnell. Ich glaube, sobald man in die Zone kommt, ist man intern tot. Glaube ich. Weil ich habe instant, wie ich in die Zone gekriegt bin, vorhin einen Schaden gekriegt. Aber es ist ein kleines Mier. corps ist ein kleines Mier. Aber ich kann mich! Ich kann mich! so hoch da ist eine truhe sinnlos der hat irgendeinen Zauber so ein ruhiges Dorf ist es extrem unruhig luxe Untertitelung des ZDF, 2020 Wenigstens habe ich keine Trophäen verloren. Ja, mit diesem Club-Spiel würde ich das Let's Play jetzt beenden. Ciao, Leute!